Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, Michael Block von The Republic. Ich schreibe einen Artikel über Ihre Mutter. Wie läuft's mit dem Artikel? Um ehrlich zu sein, war ich abgelenkt. Ich hab mir ausgemalt, wie Ihre Antwort wäre, wenn ich Sie frage, haben Sie Lust, mit mir was trinken zu gehen? Und jetzt haben Sie mich gefragt? Okay, in meiner Fantasie war die Frage nicht ganz so direkt. Irgendwie cooler. Ich bin schrecklich beim ersten Date. Ja, gebe ich mich unabarbar, verletzlich oder witzig? Na, sei einfach nur du. Was? Ich frag mich, ist der Abend noch zu jung, um dich zu küssen? Er war nicht so jung. Nein, war er nicht. Er ist verliebt. Man sieht sofort an seinem Hundeblick. Ist echt peinlich. Wieso siehst du so aus, als würdest du beten? Vielleicht, weil ich's tun sollte. Wofür würdest du beten? Für mehr Willenskraft. Ich lese Ihren Brief immer wieder. Willst du nicht mehr als das hier? Ich will dich? Was willst du denn? Meine Mutter konnte nicht besonders gut lieben. Was, wenn ich so bin wie sie? Woran merkt man, dass man für immer mit jemandem zusammen sein will? Weiß nicht. Ich will's aber versuchen. Das wird aber sehr schwierig. Schwierig ist mir egal. Ich will mit dir zusammen sein. Ich hab nicht mal ansatzweise das gesagt, was ich sagen wollte. Hätte ich bloß nicht so viele Menschen verlassen. Ich hab sie gehen lassen. Nach 30 Jahren weiß ich immer noch nicht, wieso. Was hätten Sie heute anders gemacht? Ich wär hier nachgefragt. Meine May. Ich wünschte, ich hätte so viel Mut in der Liebe bewiesen, wie als Fotografin. Ich will dich nicht verlieren. Aber ich hab Angst, dich zu lieben. Du musst keine Angst haben. Was habt ihr vorhin gemacht, als der Strom ausgefallen ist? Sieh grad so? Ich niff mal schnell und lächel.